Ach, Doktor Drostenstein, zieht sich den neuen Virus rein. Im Licht, im Licht ein Monster gruselt sich. Am Felsen windet sich ein Mann, der den Schmerz nicht mehr tragen kann. Doktor Drostenstein soll nicht der neue Prometheus sein. Emily, Emily, betrachtet ein Monster sich. Erschaffen im Labor, entfernt von jeder Nord. Nun lebt es hier, ist eines von uns. Willkommen du, willkommen du, im Licht. Hemmlicht. 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 Ein Monster gruselt sich. Doktor Drostenstein soll nicht der neue Prometheus sein.